Ein kleines, ja, ungeschnittenes Video jetzt, und zwar, ich habe Testplatinen mir bestellt, da habe ich eine Schaltung, oder mir was überlegt, wie ich einen MPPT-Laderegler mit WLAN bauen kann, und das war dann hier die erste, die ich aufgebaut habe, wo ich Fehlersuche gemacht habe, hier ist ein PIC drauf, ein 16F887, ein SMD, hier ist noch ein paar SMD-Teile, da sieht man kleine Fehler, die ich gemacht habe, beim Layout, hier ist ein Pin falsch angeschlossen, den musste ich dann eben da hochdrücken, hier ist eine Diode falsch drin, das mache ich bei der nächsten Version auch ein bisschen anders, die USB-Buchse ist falsch rum drin, oder was heißt falsch rum, da sind zwei Leitungen vertauscht, weil genau den Chip hier, da gibt es zwei Versionen von, das ist der USB-Controller, und ich habe die Version erwischt, die die Pins vertauscht hat, vom Layout, das werde ich noch ändern, ja, aber das Ganze funktioniert schon mal, und WLAN geht auch, hier habe ich jetzt das WLAN-Modul wieder rausgelötet, und hier ist jetzt das Ganze nochmal ein schöner aufgebaut, weil hier habe ich ein bisschen viel ausprobiert, also die lege ich erstmal zur Seite, die gibt es vielleicht als so Museumsobjekt, so, was das Teil jetzt ist, wir können hier über USB kriegen wir eine Datentabelle raus, und können an dieser Datentabelle uns Sachen anzeigen lassen, wir sehen jetzt hier ein Display, über I²C angesprochen, da ist ein I2C-Bus auf der Platine, da stecken wir Sachen an, ein Display oder auch andere Sachen, so ist Solarspannung, 20,8 Volt, Batterie sind 11,8 Volt, das ist die Batterie hier, ja, da ist jetzt noch ein Widerstand in Reihe zur Batterie, weil ich den Strom begrenzen wollte mit dem Bilet, MPPT, es sind 128%, da ist die Umrechnung von wieviel Schritten, also was in dem Register drinsteht, in Prozent noch nicht drin, mache ich noch, jetzt zeigt er halt an, 128 sind 50%, wir sehen hier den Strom, der in die Batterie geht, hier Batteriestrom, misst er über diese Stromsensoren, hier und da, mit 1,24 Ampere, Ausgangsstrom sind 0,03 Ampere, also 30 Milliampere, die die Schaltung jetzt braucht, und Power, Power kommt erst, wenn wir WLAN verbunden haben, erst dann kommt Power, und da ist eine kleine Webseite, hier läuft ein Web-Server drauf, der uns die Messdaten dann in Echtzeit tatsächlich anzeigt, und wir können ein bisschen was, ja, grafisch uns anschauen, ist ganz nett, braucht keine Cloud, und hat halt große Vorteile wegen Datenschutz, läuft alles lokal, und man weiß, was passiert, und wo seine Daten landen. Ja, die nächste Version davon sollte in so drei bis vier Wochen da sein, und dann gibt es dazu wieder ein kleines Update, wo hoffentlich alle Fehler korrigiert sind, und das Ding fehlerfrei läuft.